In diesem Video lösen wir eine Textaufgabe mit einem Venn-Diagramm. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Andoria von Edukanova. Wir haben hier eine Textaufgabe, bei der wir aus den einzelnen Sätzen die Informationen herauslesen müssen. Drückt jetzt auf Pause und studiert die Aufgabe, bevor ihr weiterschaut. Als erstes zeichnen wir drei Kreise, die die verschiedenen Sprachen symbolisieren. Oben links haben wir Englisch, oben rechts Spanisch und unten Französisch. Die Felder benennen wir mit den Buchstaben A bis H, damit jedes Feld eindeutig identifiziert werden kann. Die Aussage, jeder von ihnen lernt mindestens eine der Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, sagt, dass kein Lernender keine der drei Sprachen belegt. Also setzen wir in das Feld H, den Wert 0 ein. Die Aussage, genau 18 der 120 lernen nur Spanisch, sagt, dass wir in Feld C eine 18 eintragen können. Und die Aussage, keiner der 120 Studenten ist sowohl in Englisch als auch in Französisch eingeschrieben, sagt, dass die Felder D und E 0 sind. Das sind alle Informationen, die direkt aus dem Text ausgelesen werden können. Für die anderen Aussagen müssen wir nun die Passagen auseinandernehmen. Aus der Aussage, die Zahl der Studenten, die genau die beiden Sprachen Englisch und Spanisch wählten, ist um 9 größer als die Zahl derer, die nur die beiden Sprachen Spanisch und Französisch lernen, können wir schließen, dass B gleich viel wie F plus 9 ist. Aus der Aussage 102 der 120 Studenten wählten mindestens eine der Sprachen Englisch oder Spanisch folgt, dass die Felder A, B, C, D, E und F zusammen ein 102 geben. Wenn wir die beiden F zusammennehmen und die 9 und die 18 subtrahieren, erhalten wir die Gleichung 2F plus A gleich 75. Aus der Aussage 75 mindestens eine der Sprachen Spanisch oder Französisch folgt, dass die Felder B, C, D, E, F und G zusammen 75 geben. Auch hier können wir die beiden F als 2F schreiben und 9 und 18 subtrahieren. Die Aussage, die in einer Sprachschule sind ein 120 Lernender eingeschrieben, sagt, dass alle Felder zusammen ein 120 geben. Auch hier vereinfachen wir wieder, indem wir die beiden F zusammennehmen und 9 und 18 subtrahieren. Die anderen Felder können wir jetzt berechnen, indem wir diese Gleichungen kombinieren. In der Gleichung 1 steht, dass 2F plus A 75 ist. Wir ersetzen in der Gleichung 3 die 2F plus A mit 75 und können mit dieser neuen Gleichung gäbe rechnen. Den erhaltenen Wert von G setzen wir in die Gleichung 2 ein und erhalten für F den Wert 15. B ist F plus 9, also 24. Den Wert für F setzen wir in der Gleichung 1 ein und erhalten für A den Wert 45. Die Antwort auf Frage A sind die Felder A, C und G, also ist die entsprechende Antwort 81. Und die Antwort auf die Frage B sind die Felder B, D und F, also gibt das 39. Mit diesem Video geht es weiter und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema.